So, weiter geht's. So, hab das schon. Na, ich bin auch gerade noch dabei im Moment. Alles gut. Niemann am besten an der Ballfarbe. Wenn der, wenn man schon blau hat, ist der bisschen Blut. Kannst du auch blau haben, ich kann auch ändern. Nö, dann bin ich wieder lila. Ich wollte gerade rosa-pink nehmen. Okay, alles gut. Weiter. Kann losgehen, ja? Ja, ja. Dann machen wir also nächsten Sonntag, wenn es klappt, machen wir hier Rocket League oder was. Wir können auch später noch Rocket League spielen. Wie ist das? Fühle ich egal. Ich müsste das ja erstmal wieder runterladen. Ja, du musst es ja noch. Ja, ja. Naja, alles gut, dann machen wir es nächste Woche. Dann kommen wir jetzt ein bisschen unregelmäßiger auf. Mal ja vor allem. Und jetzt quasi, wenn ich morgen hochlade, zwei Folgen ausfallen. Also quasi für Sonntag und Sonntag. Ich hatte nur bis letzte Woche Freitag vorbereitet. Oder wieso wir? Du fährst doch heute Abend auch, oder nicht? Ja, wir fahren heute in Sandfahrt. Wieso? Ich habe Baby gebumst. Wie? Du müsstest mal spielen, Baby. Sonst kann ich nicht. Du liegst genau vor mir. Ich warte, wenn du nur noch so big anschubst. Ich würde eigentlich jetzt... Ich würde jetzt eigentlich genau da... Bleib stehen, wir haben noch zweieinhalb Minuten. Hm. Ich würde jetzt an Babystelle einfach rückwärts spielen. Erst mal Markus weghauen. Was soll ich mal so gemein sein? Was? Der ist so gemein gewesen, ey. Einfach schön in der Assis-Move spielen. Das ist einfach, wenn ich sage, ich hole dich jetzt weg noch. Ich meine, ich habe damit kein Problem. Also, mit dem... Davor, aber... Na, na, na. Nein! Ja, ich sage ich sogar... Wer zum Kapitän, oder was? Ja, Pirat. Na hoi, Piraten. Ich glaube, wenn Dino-Eiern jetzt auf dem Kopf drüber ist. Weil, so wie ich als Jack Sparrow in der Reface-App... Ich habe keine Ahnung, ich habe die nicht gesehen. Ah, so ist gar nicht so doof. Und schon wieder Baby gebumst, Mensch. Ah... Hast du, ne? Verdammt, ich habe mich... Ich bin immer den scheiß Puck darüber gesprungen. Ja, nee, ist klar. Ich muss halt warten, denn ich werde jetzt warten, bis ich wieder rund bin. Weil, so kann ich nicht rein. Oh, krass. Ich war krass. Das war jetzt fürs Anstupsen, Kev. Mach alles gut. Da war ich. Da war ich. Da hatte der Bogie noch. Na egal. Was war denn hier noch Schönes? Aha. Was ist denn die scheiß Kugel? Ach, diese Kamera geht mir um den Sack manchmal. Wo ist denn das Loch da hinten? Ach, da hinten. Na hin! Na hin! Na kurz! Ich war da durch. Das gibt da nie. Guck mal, wo ich liegen geblieben bin. Ja, blöd, ne? Das wären zwei Schläge gewesen. Ja, wäre das. Der bleibt direkt auf dieser silbernen Kante hängen. Ja, ich bin ziemlich weit weg von dem Ding. Jawoll. Double Boogie. Jetzt sind wir alle schön nah beieinander. Nein, 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 nein. Ich bin sogar noch drüber, Alter. Das war knapp. Ernsthaft, Leute, ernsthaft! Das war ein Zufallsgenerator jetzt gerade. Jetzt bin ich ein verdammtes Ei. Und ich war eine Eichel. Ja, und? Aber eigentlich hat es Fortreide gebracht, danke. Leckomio, das ist doch nicht wahr. Ich komme hier nicht aus dem Ding raus. Was? Das ist ja aus der Ecke raus. Das ist wohl eben. Ich kriege die Kamera nicht so weggedreht, dass ich dann... Du kannst es auch rauszoomen. Ich stehe quasi in dem Ball drin momentan. Ja, aber du kannst es auch rauszoomen. Du musst nur die Kamera hochdrehen und dann irgendwie... Ich weiß nicht, welcher Teil, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall hast, dass du hier auch rauszoomen. Boah, acht Schläge, Alter, wie schlicht. Neun Schläge, was soll ich denn sagen? Ja, ich weiß nicht. Ja, und Mary mit dir in 3D setze ich jetzt ein bisschen ab. Ja, ich wäre ja... 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 Ja, ich wäre ja irgendwie vorbei gebraucht und es ist alles wachs. Verdi! Verdi! Das Gute, solange du noch... Rollst, kannst du schön noch springen. Der war gut gemacht, Baby. Der war jetzt schlau. Und dann spielst du trotzdem... Hast du noch einen jetzt extra verloren? Du hast du kurz geschlagen, ne? Ja, ich bin ja gut so gefallen. Na, jetzt geht das schon wieder los. Ach, so deutlich. Ja, ja. Soll das dann funktionieren? Ach so, ne, ja, ne, alles gut. Du wirst mit... Nächstes Mal mit... Mitspringen. Du bist zu schwach. Was auch immer ihr wollt. Oh, ich bin kein Ball. Ich habe einen Zufalls-Generator drin gehabt. Du musst springen, Baby. Also quasi... Bitte springen und dann rüberhütteln. Hauptsache, du springst ja mit so einer Gans oder was ist das? Herzhaft. Du wirst... Du wirst... Jetzt leck' ich neben der Gabel, ist klar. Ja. Ernsthaft. Du wirst so schnell. Jetzt bist du nach links. Und dann... Ich nutze einfach dieses komische Bruch. Vollzeit, ich bin schon wieder... Nein, nein, nein! Ja, du hast... Na, schade. Das geht auch irgendwann in irgendeiner Ecke hängen geblieben. Jawohl, der war gut. Ja, schade. Oh nein! Hast du dich noch springen können? Nee, ne? Das Ei ist versenkt. Oh nein, jetzt weiß ich nicht, ist das ekelinge Kampen da, ey. Ja, die ich, ja. Oh, ey! Ich mach, ich bin ein Arsch. Ich bin ein Mini-Ball. Gewohnen. Reg du dich mal nochmal auf. Ja, 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 ja. Ey, meine Absicht. Alter, wie lahm Arsch, ich hole euch da jetzt bitte runter. Nein, ich bin doch noch auf jeden Fall ins Kamin gelandet. Weil da die scheiß Röhe, äh, Dings ist. Die... Die das Vordermand ist. Wie lange bleibt denn das, ey? Ich glaube, dass du den Schlag getan hast. Nein, stattdich rum. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Yes. Gabi, Mogi. Ich glaube, das bleibt immer so lange, bis du den Schlag getan hast. Jetzt hatte ich nämlich eben auch. Ich glaube, das hat keine Begrenzung drin. Ich glaube, damit er die Zeit nicht noch absitzt. So. Nein, nein. Aber ich komme genau aus der Ecke her. Der rollt den Dein wieder rein. Na, mach mal hin. Jetzt hat das scheiß Loch. Da hinten. Okay. Ja, so gut war... Schlecht war der nicht. Ach, das war zu fest. Das war zu fest. Das war zu fest. Na, der liegt eigentlich ganz gut. Nein. Punkt. An dem Scheiß. Ach, ne. Er leg mich doch einmal. Schlecht ist genau wieder dahinter. Ja, herzhaft. Alex Köter, ne? Er drecksküter. Ich bin da durch. Ach, da unten. Igel! Ich zerbellt er mich ja an. Ich glaub's nicht, ey. Drecksküter, hau ab! Und einmal die Runde rum, Baby. Uuuuuh. Oh, Kev, hau mich grad schnell rein, ist klar. Jetzt hat Kev auch mal mit Baby gewumst. Mensch. Ja, alles wumst, Baby. Was macht ihr nur mit mir, denkt sie sich. Was macht ihr nur mit mir? Ja, eben. Ich hab's mir gerade selber versorgt, aber ich hab noch nicht einen Schlag verloren. Ja. Ich hab's auf vier gewesen. Das war jetzt taktisch unklug. Ja. Das war doof gemacht, ja. Ach, nicht zu weit. Ach, nicht zu weit. Oh. Oh. Vergiss mit deiner Honigfalle. Oh nein, ich lieg genau dahinter. Ja. Ja. Ernsthaft. Ich hab noch Ruhe. Hab ich bogey. Jetzt verliere ich gerade richtig Schläge. Scheiße. Hilfe. Hilfe. Geht unter'm Sofa. Nein, ich konnte doch nicht. Ich konnte doch nicht. Ah, der hätte ein bisschen weiter vorne liegen müssen. Oh, fast. Oh, Mann. Nein, ich auch. Eigentlich fast. Der ist wieder rausgehüpft, das ist das Problem. Oh. Ja. Ich hab's sogar fast Birdie geschafft, der wird nämlich fast noch um diese Kugel rein. Ja, bei mir aber auch. Bei mir ist der oben rausgehüpft wieder. Also rechts raus wieder. Ich hab's eigentlich geschafft, da rüber zu kommen. Ich hätte eigentlich drei Schläge haben müssen. Ja, pff. Wie setz ich jetzt aber schön ab da oben, Mensch? Und das ist ja so. Ich hab's- Danke. Ich hab's noch ein. Ver- 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 Verkiss es. Der geht mir. Ob ich das einn prefers. Ich lieg wieder in einer guten, günstigen Situation. mit zwei doppelsprüngen ins paar gegangen Okay Ja Igel Danke ich habe unsichtbare hodig schallen spiele ich gerade wie kannst du auf zwei schläg ich komme nein ja da blickt, da blickt, da blickt, da bleibt liegen jawohl nein ich bin knapp geprallt zwei schläge oh nein wiegel Ja. Das war's für heute. das gibt die web wieder ja okay das war ja mal jahre hat es aber ich wollte hier also wie viele zufalls generatoren habt ihr denn baby die hat sich schon fünf stück oder so ja 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 ich bin dreimal verwandelt wurde oder so schläge ja trotzdem dass die größte hausdruck gewinnen würde die bäbliche böse verkackt und er verkackt ich die nein hat doch hier was das aber man gerade wo ich schlagen will er ist fies ich weiß aber nicht diesmal das ist aber auch das ist dieses scheiß ding damit der mitte mit dem wasserbad noch ja auch gott ja gut okay ich habe jetzt schon ich habe jetzt neuen schläge gerade ja kurz mal kurz dass das definitiv gewonnen das ding runter sie ja auch aus wie ein zylinder oder also dass sie sich das sind wir noch hätten nachkommen schon ernsthaft der kam jetzt von mir keine schläge mehr übrig mit einer strappe verzieher schlägt noch verloren nicht ich 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 Das war so eine Grütze. Das war so eine Grütze.